Cakewalk ist unglaublich anschlussfreudig. Alles, was an Audio- und MIDI-Geräten unter Windows läuft, geht eigentlich auch mit Cakewalk. Einmal konfiguriert und eingerichtet, kannst du damit arbeiten, bis deine Hardware durchbrennt. Und welche Hardware kann ich mit Cakewalk anschließen? Wie mache ich das und was kann ich dann alles damit? Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde sagen, das zeige ich euch. Und ich wette, da ist mindestens ein Feature dabei, das ihr bis jetzt noch nicht gekannt habt. Jetzt bei Mach's dir selbst. Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich mal wieder über Cakewalk labern darf. Wie jede andere DRW hat Cakewalk zwei große, nennen wir es, Schnittstellen. Audio und MIDI. Mit dem einen übertragen wie Audiodaten, mit dem anderen sogenannte Steuerdaten. Aber schauen wir uns doch erstmal Audio an. Damit bei Cakewalk Audio rein und wieder rauskommt, muss sich Cakewalk auch mit der Audio-Hardware austauschen können. Dafür brauchen wir sogenannte Treiber. Da gibt es ein paar, aber wir Hübschen beschränken uns heute mal auf zwei Stück, nämlich ASIO und Wasapi. ASIO ist dabei der professionellste. Dieser kommuniziert direkt und ohne Umwege mit deinem Audio-Interface, hat niedrige Verzögerungszeiten und wenn der einmal läuft, kann eigentlich nur selten was dazwischen funken. In Cakewalk unter den Einstellungen auf ASIO-Betriebsmodus und dann sind wir schon fertig. Nein, schmarrn, heute so schnell geht es dann doch wieder nicht. Wenn ihr ASIO nutzen wollt, dann muss euer Audio-Interface dies unterstützen. Das heißt, der Hersteller des Audio-Interfaces muss spezielle ASIO-Treiber zur Verfügung stellen. Das Gerät muss ASIO-fähig sein. Und das sage ich deswegen immer wieder und so oft, weil ich auch immer wieder und so oft ähnliche Anfragen kriege, die ungefähr so lauten. Kann die Soundkarte in meinem Notebook ASIO. Also so ein interner, auf dem Mainboard draufgelöteter Soundchip kann schon mal kein ASIO. Das hier ist ein ASIO-fähiges Audio-Interface oder das hier. Und woher weiß ich das? Zum einen schreibt der Hersteller das explizit in seine Produktbeschreibung und zum anderen werden für dieses Gerät ASIO-Treiber angeboten. Damit Cakewalk damit kommunizieren kann, muss ich mir zuerst die Treiber herunterladen. Diese installieren wir und schließen danach das Gerät per USB an. Und zwar in diesem Fall an einen USB-2-Anschluss. Wäre es ein USB-3-Gerät, dann natürlich an einen blauen USB-3-Anschluss. So, das Behringer einschalten und dann starten wir Cakewalk. In den Voreinstellungen gehen wir dann auf Aufnahme und Wiedergabe und als Treiber-Modi wählen wir ASIO aus. Und dann haben wir hier die Puffergröße. Umso kleiner, umso schneller reagiert dein System. Gleichzeitig wird das System dadurch auch instabiler und kann bei der Wiedergabe Aussetzer oder sogar Wiedergabe-Stops verursachen. Sogenannte Dropouts. Umso größer der Puffer, desto stabiler das System. Aber auch umso langsamer, was irgendwann zu hörbaren Verzögerungen führt. Einfach mal ausprobieren. Hier unter Geräte sehen wir jetzt alle Ein- und Ausgänge, die euch im ASIO-Modus zur Verfügung stehen. Ist der jeweilige Kanal angehakt, ist er auch beim Arbeiten mit Cakewalk verfügbar. Mit OK mache ich das Fenster wieder zu und kann jetzt eigentlich loslegen. Will ich zum Beispiel eine Gitarre aufnehmen, dann schließe ich die an meinem Audio-Interface an. Ich nehme jetzt mal hier Anschluss 1, also Kanal 1. Den wähle ich dann hier in der Spur aus. Mach diese dann scharf und drücke auf Aufnahme und kann losspielen. Gleiches gilt für die Wiedergabe. An den Ausgängen kann ich nun alle auswählen, die ich angehakt habe. Und hier zum Beispiel hängen meine Kopfhörer dran. Habe es auch schon umbenannt in KH. Mehr zur Aufnahme gibt es übrigens in diesem Video. Mit anderen ASIO-Geräten funktioniert das ähnlich, aber auch hier wieder RTFM. Ja, und wenn jetzt mein Audio-Interface überhaupt kein ASIO kann? Ich habe ja schon mal über dieses ASIO for All erberichtet. Eine Software, die jede noch so schrottige Soundkarte ASIO-fähig macht. Davon kann ich mittlerweile nur abraten, weil Cakewalk funktioniert damit mittlerweile gar nicht mehr. Machen Sie auch deutlich mit diesem Warnhinweis. Wenn ihr also nichts mit ASIO habt, und ich schwöre, das war jetzt das letzte Mal, dass ich ASIO gesagt habe, dann nutzt Wasapi. Funktioniert ähnlich wie der andere, kommt aber auch so ein bisschen auf Krücken daher. Alles läuft über diesen Windows-Körnel, was zu unerwünschten Klangverfärbungen führen kann. Und die Latenzzeit ist ziemlich hoch, was wiederum zu einer hörbaren Verzögerung beim Aufnehmen und Abspielen führen kann. Ich sage mal so, zum Rumpfspielen reicht es, aber professionell arbeiten lässt sich damit nicht wirklich. Und in diesem Video zeige ich dir auch warum. Ja, und wie bringe ich jetzt Cakewalk dazu? Das ist mit meiner Onboard-Soundkarte kommuniziert. Unter Wiedergabe und Aufnahme wähle ich jetzt Wasapi aus. Und da gibt es zwei. Exclusive stellt die Soundkarte direkt für Cakewalk zur Verfügung. Alle anderen Programme haben, während Cakewalk aktiv ist, keinen Zugriff drauf. Wer am sinnvollsten ist, aber nicht mit jeder Soundkarte kompatibel. Shared ist dafür so wurschtegal. Da kannst du Cakewalk, eigentlich läuft nicht mit jeder noch so schrottigen Soundkarte. Wird dann mit allen Windows-Sounds mitgemischt und allen anderen Apps zusammengemischt. Und auch eventuelle Signalprozessoren, die die Soundkarte hat, wird es auch durchgejagt. Zum Beispiel bei Mikrofoneingängen so ein Noisegate oder dann bei Ausgängen so ein Bassboost. Im schlimmsten Fall wählt also Shared. Dann kommt erstmal der Wave-Profiler und prüft, was die Soundkarte alles kann. Und auch hier können wir danach wieder die Puffergröße einstellen. Lasst es am besten so und fummelt dann nur dran rum, wenn es wirklich Aussetzer oder starke Delays gibt. Und wenn es dann immer noch nicht läuft, dann könnt ihr immer noch einen Online-Termin mit mir buchen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Oder kauft euch einfach eine ASIO-fähige Soundkarte. Ein Video darüber für ein gutes Starter-Set habe ich hier. So, und jetzt läuft unser Audio. Und jetzt kommen wir zu MIDI. Das teilen wir nochmal auf in MIDI-Instrumente und MIDI-Controller. Dieses E-Piano hier ist ein MIDI-Instrument. Ich spiele hier eine Note, wird kein Klang erzeugt, sondern Steuerdaten. Und die sehen dann so aus. Okay. Diese Informationen werden über den MIDI-Ausgang des Gerätes ausgegeben. Mit einem MIDI- oder USB-Kabel werden diese Informationen von Cakewalk dann aufgenommen. Habe ich jetzt ein virtuelles Instrument laufen, kann ich mit meinem Keyboard spielen und der Ton erklingt im VST-Instrument. Ja, und wie schließe ich das an? Ist auch nicht schwer. Möchtet ihr den MIDI-Anschluss an eurem Audio-Interface nutzen, dann verbindet den Ausgang des Keyboards mit dem Eingang eures Audio-Interfaces. Hat euer Keyboard USB, dann verbindet euer Keyboard mit dem USB-Anschluss eures Rechners. Eventuell müsst ihr Cakewalk dafür neu starten. Treiber müsst ihr übrigens meistens dafür nicht installieren. Und unter Voreinstellungen MIDI-Geräte wählt ihr jetzt den entsprechenden MIDI-Port aus. Übernehmen und okay, und jetzt kann ich damit ein VST-I steuern. Nehmen wir den SI-Bus, der ist ja schon mit an Bord. Und der muss jetzt natürlich wissen, dass wir ein MIDI-Gerät zum Einspielen haben. Dazu wähle ich hier den MIDI-Eingang. Und dann müsst ihr noch den MIDI-Kanal auswählen, an dem euer Piano Daten sendet. MIDI kann nämlich durch so ein Kabel bis zu 16 Instrumente gleichzeitig steuern. Und dazu unterteilt sich ein MIDI-Anschluss in mehrere MIDI-Kanäle. MIDI-Geräte wie dieses Keyboard hier nutzen meistens Kanal 1. Seid ihr euch unsicher oder zu faul die Anleitung zu lesen, dann wählen wir hier einfach MIDI-Omni. Bin ich jetzt auf meinem Piano, erklingen die Klänge meines VST-I-Basses. Und das kann ich jetzt natürlich auch aufnehmen. Genauso kann ich aber auch umgekehrt mein Keyboard mit Cakewalk steuern. Ich nehme mal meinen Yamaha Tyrus. Das ist ein richtiges Keyboard mit eigenen Sounds, verteilt auch wieder auf 16 Kanälen. Und die kann ich auch mit Cakewalk nutzen. Dazu verbinde ich nicht nur den Keyboard-Ausgang mit dem Eingang meines Audio-Interfaces, sondern auch noch umgekehrt den Audio-Interface-Ausgang mit dem Eingang meines Keyboards. Oder viel einfacher mit nur einem Kabel, wenn es USB hat. Wenn ich jetzt diese MIDI-Spur mit ihren Daten an mein Keyboard senden möchte, muss ich auch hier wieder einstellen, wo die Daten denn jetzt hin sollen. Auch muss mein Keyboard wissen, welchen Sound es dafür nehmen soll. Und den wählen wir hier aus, bei Patch. Und da sind jetzt schon ganz schön viele drin. Das weiß Cakewalk aber nicht vom Keyboard selber, sondern es bedient sich eines Standards, und zwar den General-Midi-Standard, abgekürzt GM. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem eigentlich jeder Standard-Midi-Tonerzeugungsgerät funktioniert. Hier hat man sich unter anderem darauf geeinigt, dass, egal von welchem Hersteller ich einen Tonerzeuger habe, wähle ich hier als Patch Acoustic Grand Piano aus, erklingt auch genau dieses Instrument aus jedem Gerät. Mit MIDI kann ich aber nicht nur Instrumente steuern. Ich habe jetzt hier diesen DAW-Controller. Damit kann ich Cakewalk bedienen, als wäre es eine analoge Konsole. Wiedergabe, Transport, Lautstärken, Panning und so viel mehr. Und auch das geht ganz einfach. Cakewalk macht man vorher zu und Gerät an MIDI ein- und Ausgang anschließen, beziehungsweise per USB-Controller einschalten. Und erst dann öffnen wir Cakewalk, weil manchmal tickt Cakewalk da ein bisschen rum, wenn man es im Betrieb macht. In den Voreinstellungen gehen wir dann zu MIDI-Bedienfelder. Dort klicken wir auf dieses hässliche gelbe Plus, um ein neues Bedienfeld hinzuzufügen. Hier wählen wir den passenden Controller-Typ, der bei euch in der Anleitung steht. Bei mir ist es Mackey Control und am Ein- und Ausgangsport wähle ich den jeweiligen MIDI-Anschluss, an dem mein Controller dranhängt. Und je nachdem, was euer Controller zu viel Tasten hat, könnt ihr euer Cakewalk entsprechend steuern. Und warum ich dieses Cakewalk so gerne steuere und warum mich diese DAW auch sonst noch so anmacht, das verrate ich euch hier. Drunter haben wir wie immer was zum Chillen. Und bis dahin sage ich Busse aufs Bauch, Iberle. Und Servus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.